So, Gemüse an. 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 So. So, Gemüse an. 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 Oh, nein. Hallo. Nein, da kommt schon. Äh, super. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Das verkauf ich jetzt auch einfach mal. Da hab ich so viel von. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Manchmal frage ich mich, was mit Goofy nicht stimmt. Wie weit bist du? Boah, das dauert aber echt ewig. Das dauert echt ewig. Hm. 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 Guck mal. wie er beworfen die nummer vorher Die Pilze verkaufe ich garantiert nicht. Ich brauche Geld. Das ist ein schönes... schönes Ding. Eventuell könnte ich gleich ernten gehen. Steinktchen. Gucke ich mal, ob ich ernten kann. Damit ich endlich den Stoff herstellen kann. Das wäre so schön. Ja, kann ich. Ich würde sagen, dass es reicht. Nein, tatsächlich reicht es nicht. Vier von fünf. Oh, ernsthaft? Einen Stoffbräu noch. Einen. Einen. Und da. Drei. 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 ein schönen tag sind das endlich mal eine lange sie gucken das sind meine lange sie gucken auch 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 Okay. Jetzt hör doch mal auf mir an, das ist eher zu schmeißen. So schlecht bin ich nicht. Ich komm mit dem nicht voran. Also Memo an mich selbst. Ich mach nur noch angeln oder... Dingens hier, Stein abbauen. Boah, das dauert echt ewig. Gut, bei ihr brauche ich mittlerweile aber einen... also ich brauche eine andere Aufgabe. Also untersucht die Münchner... ja gut, das kriege ich hin. Machen wir erstmal seinen Auftrag. Ich glaube, wo die beiden Sachen sind, weiß ich. Wo das da ist, weiß ich nicht. Hallo! Geld. Aber das ist erst einmal egal. Wenn es sich um eine Erinnerung kann, dann musst du dem folgen, was sie dir zeigt. Kann herausfuhren, wie dich fühlt und du wirst den Schatz finden. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, und du kommst mit. Das eine könnte mehr dienstreich sein. Das ist ein Haus. Du wirst halt nicht wo sonst so viele Bücher sind. Hier bin ich! Wir müssen reden! Hier ist einmal was. Und hier ist einmal was. Jetzt komm schon! Und so nach der Fehlabend! Äh, okay, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden. Na los, sie haben doch ein Schicksal zu erfüllen. Ja. Ja. How about fun? Äh, was sagte das Ding? Willi wirklich? Iike! Ich habe in Ordnung. Ichinteress auf denopfdienst, war ich das Ding. Ich möchte gerne mit dir das Ding. Ich freu dich nicht. Und dann bin ich hier, was da kurz drin ganz gut. Ich möchte dich, dass du es nicht so viel interessiert. Ich möchte dich. Und, wenn meine ich jetzt noch was, dass du alles ledigend! Und das kann ich mir nicht Jimmy, dass du das? Ich mache eigentlich sehr gut. Und du bist das Ding? Das ist nicht so ganz gut. Und du bist du nur ein, dass du mit deinemann. es ist schon angekommen naja es wird dann auf jeden fall in der nächsten stunde ankommen in der nächsten stunde kommt es dann irgendwann mal irgendwo an da ist noch was wo jetzt aber das letzte ist kein plan hier glaube ich nicht auf der anderen seite sein wally 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 Ich nehme ihn auch wieder mit. Ja, ja. Okay, wie sah das Bild nochmal aus? Ach, ist das der einfach nur der Raufgang? Ja. Ich dachte erst, das wäre Wasser. Dann müsste das hier irgendwo sein. Ja. Okay, so viel hat das jetzt leider nicht gebracht. Eigentlich passt gar nichts. Okay. 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 Ein schöner Tag noch! Nein! Nein! Freundlich! Ah, wann ist deine Aufgabe verfügbar? Ja, natürlich! Dagobert Level 10 und vergesst das Land. Oh Gott, ey, komm! Gut, Dreamlight. Ferne viel Nachthund. Geht dazu. Foto geht fix. Fangen jetzt rein Fische. Ich brauche aber irgendwas, was viel bringt. Ernte Himbeeren. Hydro Schildkröten. Kröten. Ah. Perfekt. Ich muss hier nur noch die Fidys finden. Frage ist wo. Da ist einer. Sogar die, die ich suche. Äh, hier. 15. 1550. Füttert die Eichhörnchen. Die habe ich leider schon gefüttert. Glockbeeren. Glockbeeren. Äpfel. Glockbeeren. Äpfel. glockbeeren. 22. 21. 22. 24. 24. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 25. Ich höre nicht mehr. Aber dann ernste ich mal kurz. Ich muss mir nicht meinen Levelvortrag dann zeigen. Nein, oh mein Gott. Ja, toll. Danke. Danke für nichts. Oh, Inventar ist voll. Hm. Wie viel da jetzt? Bald. Okay, das war nur das Ding. Bald haben wir was. Gut. Die ganze Deine jetzt mal wieder zurückbringen. Nein. Oh Gott. Also mehr als voll. Mehr als voll. Gut da rein. Ähm. Wow. Äh. So. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Doch hier. Ich hab bald echt alles auf. Rufzig. Oh. 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 So. Oh. 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 Der Rest ist auch voll. Also, das habe ich ja gerade mal gepackt. Nein, das da. Die Mais ist hier auch wieder voll. Alter, Alter. Ja, wie viel wollen sie haben? Jep. Okay. So. Es ist aber auch kein Ende, ne? Kann ich jetzt mal entfernen. Den Sessel kann ich auch mal entfernen. Okay. Ah, so. Kann ich. Etage 2. Erweitern. Ja. Okay. Jetzt könnte ich hier... ...heit einfach noch mal ein paar Räume hinzufügen. Freischalten. Okay. Dann kommt hier... ...Küche. Hier nochmal ein bisschen Zeit ins Housing. Okay. Hier kommt dann halt erstmal eine Mini-Küche rein. ... ... ... ... ... Das war's für heute.